Als Abschlussübung nach unserer Tower-Klasse ist es sehr schön, mit einem Toe-Corrector zu arbeiten. Dieses Gerät ist sehr gut geeignet, um die Füße ein bisschen wieder zu spreizen, zu öffnen. Also auch sehr gut bei Hallux-Problemen. Die Arbeit kommt wirklich aus den Füßen, auch von der Seite der Muskulatur. Wir öffnen und schließen die Federn. Und dann wieder zurückkommen. Jawohl, jetzt der Linke. Schräg nach unten. Zieh, zieh, zieh. Der Rechte ist aktiv. Und wieder zurückkommen. Und wieder. Der Rechte Fuß. Schieb schräg nach unten. Zieh die Feder, zieh die Feder. It's a Workout für die Füße. Und wieder zurück. Dafür sind ja die Finger gedacht, die sollen ja greifen. Jawohl, ihr seht, wie das hier sich aufgespult hat. Und jetzt geht dieses Sack nach unten. Jawohl. Auch dieses Gerät ist von Techno Pilates. Und Christian spürt schon, wie die Arme arbeiten. Das Gerät ist von Techno Pilates. Vielen Dank.